Hallo und herzlich willkommen zu DayZ. Ja, für die, die es noch nicht kennen, DayZ ist so eine Art MMO, also wirklich mit vielen Spielern auf einem Server. Und es geht eigentlich nur um eines, nämlich zu überleben. Ich hatte mir eigentlich schon mal so ein bisschen was zusammengesucht, so einen Charakter erstellt und mir schon Waffen besorgt. Das ist ja normalerweise gespeichert. Aber irgendwas ist wohl schiefgelaufen. Vielleicht war es ein Bug oder so. Also ich habe das von anderen auch schon gehört, dass das eben hin und wieder vorkommt. Dass der Charakter dann ganz weg ist, ist natürlich ärgerlich, weil ich habe bestimmt auch anderthalb Stunden damit verbracht, mir Rucksäcke, Taschen und irgendwelche Waffen zu besorgen. Sei es drum, jetzt werde ich halt praktisch nochmal von vorne anfangen. Spielt eben, ja, in einer an Russland angelehnten Gegend. Und hier gibt es viele Städte und Dörfer und es ist eine gigantisch große Map einfach. Und die Gefahren sind eigentlich, ja, erstmal der Hunger. Man muss praktisch regelmäßig essen und trinken, um da irgendwie zu überleben. Und natürlich, wie es sich zu einem Zombiespiel gehört, natürlich auch die Zombies. Die sind hier auch überall zu finden. Und solange man keine Waffen hat, sollte man sich von denen ein bisschen fernhalten. Aber was oft noch gefährlicher sein kann, als die Zombies selbst, sind eben die anderen Spieler. Weil hier kann jeder jeden töten. Jeder kann einen ausrauben. Und lauter solche Sachen halt. Also eigentlich ist es totaler Selbstmord, hier alleine rumzurennen, weil viele Spieler sind einfach dann in Gruppen unterwegs. Aber ich werde es trotzdem einfach mal machen. Ich habe auch nicht vor, regelmäßig da jetzt viele Folgen hochzuladen oder so. Ich will einfach so ein bisschen mal gucken. Ich habe das Spiel selbst noch relativ wenig gespielt. Und ja, vielleicht finde ich ja wirklich noch richtig gefallen daran, dass es dann öfter irgendwelche Folgen gibt. Aktuell wird es, denke ich, erstmal bei der einen Folge bleiben. Mal schauen, was habe ich denn hier aufgemacht? Naja, hier kann man chatten mit den Leuten auf dem Server, allerdings nur direkte Kommunikation. Sprich, die Spieler müssen, glaube ich, im Umkreis von 30 Metern oder so sein, um das Ganze lesen zu können. Man kann sogar auch per Voice-Chat mit den Leuten reden. Und ja, jetzt habe ich hier mal eine Scheune erreicht. Und hoffe, dass vielleicht noch was übrig ist. Also oft ist es ja so, dass wenn man auf irgendwelchen Servern landet, dass da schon alles weg ist, bis man da endlich mal dazukommt, irgendwas zu holen. Oft sind halt ganze Städte und Dörfer leergeplündert. Und da kann man dann nicht wirklich noch was draus machen. So, was ist hier? Ein paar Stiefel, oder? Man kann so ziemlich alles mitnehmen. Allerdings gefallen mir die nicht wirklich. Also ich bleibe erstmal bei meinen Turmschuhen. Und hier ist auch wieder ein paar Stiefel. Nee, das will ich jetzt nicht. Was soll ich mit Stiefeln? Also ich hatte gestern eigentlich echt Glück, als ich da so ein bisschen rumgesucht habe. Ich habe eine Armbrust gefunden. Ich habe eine Pistole gefunden. Habe sogar einen netten Spieler getroffen, mit dem ich da ein bisschen zusammen rumgerannt bin. Der hat mir dann sogar noch ein Gewehr geschenkt. Aber ja, blöderweise ist jetzt eben alles weg. Ja, also wie gesagt, ärgert mich schon ein bisschen. Aber ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal sein, wenn ich das öfter spielen möchte, dass ich mir komplett alles neu zusammensuchen darf. So, jetzt gucke ich mal vorsichtig in diese Stadt rein. Das ist so eine kleine... Ja, ist eher ein Dorf eigentlich. Und hier hört man auch immer wieder Geräusche. Und oft bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwelche Vögel oder Raben sind, die da so krächzen oder ob noch irgendwo Zombies rumlaufen. Also wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, vor Zombies sollte man sich eigentlich fernhalten am Anfang. Weil man sich einfach so gut wie gar nicht wehren kann. Also ich habe einen schon mal mit den Fäusten niedergeprügelt, aber wirklich cool ist das nicht. So, da haben wir schon die erste Waffe. Das ist erst mal besser als gar nichts. So eine Spitzhacke ist das. Hohle ich den mal raus. Ja, kann ich auch erst mal wieder wegpacken. Aber immerhin habe ich schon mal was zum Zuschlagen, wenn ich doch auf einen Zombie treffen sollte. Gegen bewaffnete Spieler habe ich natürlich keine Chance. Das ist klar. Bin eh gespannt, wie lange ich es durchhalten werde. Es gibt sogar einen Kit, um Waffen zu reinigen. Na gut, wer es braucht. Ich weiß nicht, ob das irgendwelchen Sinn hat. Dazu sei noch gesagt, das Spiel befindet sich ja noch mitten in der Entwicklung. Das heißt, natürlich fehlt da noch einiges. Da sind viele Bugs drin. Aber die Ansätze sind echt gut. Und es wird auch immer mehr. Ich habe das vor einem, ja, grob Vierteljahr schon mal getestet. Da war echt noch alles total verbuggt. Also da konnte man nicht mal geradeaus laufen, ohne irgendwo runterzufallen. Ja, dann wäre noch eine Schaufel. Was ist das hier? So eine Art Brecheisen, oder? Ja, nee, ich bleibe erst mal bei der Hacke. Man hat eh nur begrenzt Inventarslots. Hier, Spite. Alles klar. Durst hat man natürlich auch. Das muss ich dann auch mitnehmen. Allerdings. Ich trinke es jetzt sofort. Scheinbar reicht es nicht mal mehr dafür, irgendwie, dass ich das mit in mein Inventar aufnehme. Ja, ich habe wie gesagt, ich hatte einen Rucksack. Da war echt viel Platz. Und das war echt cool. Das war auch das erste Mal, dass ich in dem Spiel überhaupt irgendwie eine Tasche gefunden habe. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Da ist zu. Aber da kann man reinmarschieren. Also es scheint alles noch einigermaßen im Rahmen zu sein. Ich denke mal, wow, da ist ein Rucksack. Sieh da. Nicht schlecht. Hier gibt es auch Bücher ohne Ende. Also das Nibelungenlied sogar. Sieh an, sieh an. Aber ich werde da jetzt nicht groß in die Bücher reinschauen, weil ich glaube, ich meine, dass einige noch nicht mal Text drin haben. Also es ist wirklich nur, es ist halt da. So, da gibt es einen Apfel. Allerdings ist der vergammelt. Das ist auch so ein Ding. Also Nahrung ist nicht gleich Nahrung. Wenn man vergammeltes Essen isst, dann wird man krank und irgendwann kratzt man dann daran ab. Man kann sich auch das Bein brechen, wenn man irgendwo runterfällt oder sich sonst wie verletzen, Blutvergiftung kriegen und so weiter. Also wirklich sehr detailliert alles gehalten. Ich habe es sogar mal gelesen. Man kann irgendwie, also ein Spieler kann im anderen Blut spenden. Allerdings nur, wenn er die gleiche Blutgruppe hat. Also es gibt hier wohl auch irgendwelche Kids, um die Blutgruppe testen zu lassen. Kann mir allerdings relativ egal sein im Moment, da ich noch allein unterwegs bin. Das ist auch vergammelt. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und wenn man es in der Gruppe spielt, macht es erstens mehr Spaß, denke ich, und man hat auch mehr Chancen zu überleben, weil alleine bist du halt. Ja. Wenn du in eine Truppe reinläufst von Spielern, die sagen, okay, wir machen jeden platt, dann hast du eigentlich keine Chance. Ich bin einmal durch den Wald gelaufen, nichts ahnend, dachte, ich bin hier allein. Einmal höre ich einen Schuss und ich war tot. Viele Spieler sind allerdings nicht so drauf. Es war auch schon so, dass man einem dann hilft. Das passiert sogar relativ oft, weil halt keiner alleine unterwegs sein will. Oder beziehungsweise keiner großartig Stress haben will, weil wenn man einmal stirbt, dann ist der Charakter weg. Mitsamt Inventar, sprich Waffen, Nahrung, sonstige Versorgung, also das ist alles hinüber. Das kann man dann nicht wiederherstellen. Und ja, man hat dann echt keine Chance, das wiederzubekommen. Dann fängt man wieder bei Null an. Allerdings tue ich das jetzt auch, obwohl ich nicht gestorben bin. Und hier irgendwie, vielleicht war hier doch schon jemand. Also ein paar Türen waren noch auf. Das ist meistens ein Anzeichen, dass schon eine Plündertruppe unterwegs war. Und die nur irgendwelchen Mist liegen lassen haben. Ich glaube, an der Stelle habe ich letztes Mal sogar den anderen Spieler getroffen. Was war das? Habe ich es wieder irgendwo klappern gehört? Naja. Es gibt bestimmt so die Spots, wo sich eben alle rumtreiben. wo es auch mehr zu holen gibt, gerade in den größeren Städten. Aber da wage ich mich jetzt erst mal alleine noch nicht hin. Es ist auch gerade, wenn man wieder bei Null anfängt, ist es echt ein bisschen zäh. Wenn man halt wirklich nur erst mal sammeln muss, man kann sich ja kaum wehren. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, hier war schon jemand. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, aber es sieht fast danach aus. Ich bin auch mit der Steuerung noch nicht so ganz vertraut. Deswegen kann es schon sein, dass es bei mir manchmal etwas länger dauert. Das ist dann halt auch die nächste Frage. Wollt ihr sehen, wie einer anfängt zu spielen, der überhaupt keinen Plan davon hat? Das ist halt die Frage. Wie gesagt, ich habe jetzt eh nicht vor, da regelmäßig jeden Tag eine Folge hochzuladen. Wow, da kommt schon ein Zombie. Okay, dann kann ich ja gleich mal meine Waffe testen. Jetzt stirbt. Okay, ich glaube, das hat schon... Nee, er steht wieder auf. Also es läuft auch noch alles sehr hölzern. Also auch die Animation beim Zuschlagen ist nicht wirklich prickelnd. Aber es ist viel Potenzial da. Man kann echt viel machen. Und es wird auch noch viel mehr reinkommen. So, der hatte nichts dabei. Schade. Aber ich glaube, die Zombies haben meistens nichts dabei. Ich glaube, ich habe noch nie einen gefunden, der was dabei hatte. Also wirklich lohnenswert sind wirklich diese Häuser. Und Lagerräume, Garagen, was es halt so alles gibt. So, da ist zumindest auf. Da steht wieder ein paar Schuhe. Aber ansonsten ist hier nicht wirklich was. Also hier gibt es auch viele verschiedene Servers. So wirklich, wie man es von Steam eigentlich kennt. Gerade Counter-Strike und so weiter. Kann jeder seinen eigenen Server haben. Was ist das hier? Sprayfarbe. Okay. Vielleicht brauche ich es irgendwann noch. Oder auch nicht. Eher nicht. Ich glaube, zum Überleben hilft mir die Farbe nicht wirklich weiter. Es gibt, wie gesagt, viele verschiedene Server, die jeder so ein bisschen individuell einstellen kann, wenn er denn einen hat. Da kann man zum Beispiel dann einstellen, wie oft das Zeug nachspawnt. Also die Beute, die Waffen, was halt alles so rumliegt. Die Server werden auch, das ist glaube ich fast gang und gäbe, im Zwei-Stunden-Takt werden die runtergefahren. Damit eben alles wieder respawnt. die Monster, die Zombies. Was ist das hier? Nur eine Hose. Ich dachte schon, da liegt irgendwo. Ne, das ist eine Jacke. Na, jetzt gucke ich mal. Steht mir die? Brauche ich das T-Shirt hier. Ach Gott, das sieht ja kacke aus. Ne, die will ich nicht haben. Wieder tauschen. Oh Gott, habe ich jetzt da wieder... Also die Jacke hat selber auch Taschen. Sprich, ist dann auch wieder eine kleine Inventarvergrößerung. Wenn man da natürlich Zeug reinpackt, nichts ahnend, wenn man keine Ahnung hat von der Steuerung, ist das hier wieder so ein Reinigungs... Ey, kein Wunder, dass das alles liegen bleibt. Das braucht doch kein Mensch. Ne, also man kann Zeug in die Jacke packen. Allerdings, habe ich wohl gehört, wenn man dann verletzt wird, angeschossen wird, dann wird die Jacke logischerweise beschädigt. und das Zeug, was man dann da drin hatte, auch. Es gab auch irgendwie eine Möglichkeit, raus zu zoomen. Also weg von der Ego-Perspektive. Hier ist ein Motorradhelm. Sieht zwar dämlich aus, aber ich setze ihn einfach mal auf. Und da ist ein kaputter Motorradhelm. Der war entweder schon kaputt, als der Server hochging, oder es hat jemand weggeschmissen, als er angeschossen wurde. Jetzt muss ich aber gerade überlegen, wie konnte ich noch mal raus zoomen? Also hier gibt es endlos viele Tasten. Ne, das war es nicht. Hm. Wie ging das noch mal? Ich hatte es doch gestern. Oder war es hier? Ne. Ich probiere jetzt einfach mal kurz alle Tasten durch. Sieht zwar dämlich aus jetzt, aber ich muss es zumindest versuchen. Okay, das war die Liste mit den Spielern auf dem Server. Hm. Ich komme gerade nicht drauf. Das ist doch blöd jetzt. Oh, toll. Jetzt habe ich mich hingelegt. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Direkte Kommunikation. Kommunikation. Nee. Ich krieche hier rum. So, jetzt stehe ich wieder. Okay. Nein, man hat einfach einen besseren Überblick, wenn man rausgesummt hat. Aber irgendwie kriege ich das scheinbar gerade nicht auf die Reihe. Was gibt es hier? Baskenmütze. Und Green Hoodie. Probiere ich mal an. Na ja, der ist ziemlich zerfetzt. Also der ist auch kacke. Okay, wegschmeißen. Und ich habe immer noch Hunger. Also mein Charakter hat immer noch Hunger. Früher oder später, wenn ich gar nichts finde, fällt der einfach um und verhungert. Ja, das ist jetzt natürlich echt doof, dass hier alles geplündert ist. Warte mal, hier ist die Tür zu. Vielleicht war hier noch keiner drin. Wobei, man kann die Tür genauso gut zumachen in der Hoffnung, dass einer wie ich kommt und denkt, es wäre noch was zu holen. Das ist auch klar. Und wirklich Fortschritt habe ich gerade keinen. Das ist doof. Jetzt will ich gerade nochmal schauen, ob ich da irgendwie bei der Steuerung zu Ordnungen übersteigen, lehnen. View Ansicht umschalten. Gehen wir mal raus. Aber ich kann irgendwie nicht wirklich rauszoomen. Ich meine, man kann hier so raus und wieder rein, aber das mal aus der First-Person-Perspektive ein bisschen rauskommt. Irgendwie habe ich jetzt einen Punkt fixiert. Das will ich eigentlich auch nicht. Scheiß, wie kriege ich das wieder weg? Ah, jetzt habe ich es wieder weg, okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auf manchen Servern gar nicht möglich rauszuswumen, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das ist ja echt eine dämliche Einschränkung. Da hat es wieder geklappert irgendwo. Ja, es ist halt wirklich als Newb, als Greenhorn Bist du hier aufgeschmissen. Entweder es passiert wirklich gar nichts oder wenn du wirklich mit dem Kopf durch die Wand willst und schnell vorankommen willst, dann läuft es in irgendeine Flinte rein und dann ist es auch vorbei. Kannst wieder von vorne anfangen. Ich werde mal schauen, dass ich das nächste Video, wenn es denn eins geben sollte, wirklich so mache, wie es ursprünglich geplant war, dass ich eben schon ein bisschen ausgerüstet bin und nicht hier einfach so drauf losrenne mit gar nichts. Das sieht aus wie so ein Bunker. Also hier gibt es echt viele Möglichkeiten zur Interaktion. Da kommt man wohl gar nicht rein. Nee. Also schöne Grafik auf jeden Fall. Also das ist ja schon fertig programmiert, die ganze Karte. Allerdings, wie gesagt, also es fehlen gerade noch in Sachen Interaktion einige Punkte. Natürlich noch viele Bugs. das läuft zum Teil echt noch nicht rund. Aber an und für sich ist das eine geile Idee und hat auch schon sehr viele Fans. Das Spiel, wie gesagt, das ist in der Alpha-Version und hat sie schon weit über eine Million Mal verkauft und hat viele Nachahmer schon gefunden, die das jetzt auch so machen wollen. Also viele haben wirklich praktisch das Prinzip so ein bisschen kopiert, weil die Idee ist eigentlich echt geil. Gerade in Zeiten von The Walking Dead passt das sehr gut rein und das scheinen viele Fans gefunden zu haben. Ich finde es an sich auch nicht schlecht, allerdings, wie gesagt, ist mir noch alles sehr neu und ich bin halt auch alleine. Und dann hat man wirklich solche langatmigen Stellen, wo man eigentlich nur durch die Wildnis rennt, bis zum nächsten Dorf, bis zum nächsten Haus. Das war jetzt mal Glück, da ist was. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier vielleicht noch was über habe. Es sollen ja auch noch Fahrzeuge kommen. Ich denke mal, das wird dann so ein Knackpunkt sein, der das Spiel nochmal ein bisschen aufwertet, weil oft rennt man halt wirklich nur blöd durch die Gegend und das ist eine gigantische Map. Also wirklich, ich glaube, da bist du stundenlang unterwegs, wenn man von einem Ende zum anderen rennt. So, was haben wir hier? Eine Kiwi. Dann hätte ich ja endlich mal was zum Essen. Habe ich es jetzt aufgehoben? Ja. Okay, jetzt kann ich die essen. Oh, Mampf, Mampf. Okay, der Hunger ist erst mal gestillt, der Durst ist aber auch schon wieder da. Was war das jetzt gerade? Irgendwas kurz gesehen, was weißes? Irgendeine Schrift, also sprich eine Interaktion möglich wäre. Hm. Hier werde ich wohl nicht viel finden im Wald. Außer hier sind mehrere Häuser, weil ich glaube, in dem Teil vom Wald war ich jetzt noch nicht. In gestern glaube ich, weiß ich nicht, fast eine halbe Stunde durch den Wald gelaufen, so groß war der. Ähm, ja. noch einmal so eine kleine Konfrontation wäre schon cool, ob mit einem Zombie oder mit einem Spieler ist eigentlich egal. Nur damit man mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt. Aber die meisten kennen das Spiel ja eh schon in- und auswendig. von daher das, was ich vorhin erzählt habe, ist wirklich nur für die, die noch gar keine Ahnung haben, worum es hier geht. Da vorne sind Häuser, glaube ich. Ja. Da gehe ich da noch hin und wenn sich da nichts tut, dann, äh, ja, reicht es dann auch erstmal. Ich weiß auch nicht, was dieses Symbol bedeutet, immer mit der gebrochenen Kette. vielleicht hat das irgendwas mit der Verbindung zu tun, Server-Status oder müsste man mal sehen. So, das ist wieder so eine kleine Ansammlung von Häusern. Aber da sind auch schon Türen auf, so wie ich das gerade gesehen habe. Ja, das war der falsche Knopf. Aber total falsch. Ich stehe mal wieder auf, Junge. Ich bleibe hier auch überall hängen. So, was gibt es hier? Oh, das ist so eine Karte von der Umgebung hier. Die hatte ich gestern übrigens auch schon und den auch. So ein Atemschutz. Ja, da ist eine vergammelte Banane, die hilft eigentlich auch nicht, weil ich glaube, aber da gibt es hier noch was Brauchbares. Ich meine, die Schränke sind glaube ich immer offen. Was ist, wenn ich jetzt mal die Karte benutze? Oh, das ist die Karte. Coole Sache. Die Frage ist nur, sieht man hier, ne, die Spieler sieht man hier nicht, aber es wäre schön, wenn ich mich selbst sehen würde. Ich bin jetzt wahrscheinlich hier irgendwo in der Mitte, in einem von diesen vielen Waldgebieten. Kann ich jetzt aber momentan auch noch nichts mit anfangen. Da gibt es nichts mehr zu holen. Aber da war da noch mal was. Da vorne waren noch Häuser, genau. Also ich meine, vom Ding her ist das schon richtig so, dass man halt wirklich oft ewig lang alleine ist, bis man mal wieder auf andere Überlebende trifft, aber es ist halt sehr langatmig alles. aber es passt, also es ist wirklich realistisch, vermittelt praktisch das Gefühl, dass nicht mehr viele Menschen am Leben sind und wenn man dann doch mal Menschen trifft, dann ist es manchmal vielleicht sogar besser, man hätte sie nicht getroffen. Was liegt hier? Aha. Okay, irgendeine Transfusion. Ich nehme es halt mal mit. Ich habe keine Ahnung, wofür ich das brauchen sollte, aber naja, gibt es nichts. Also eine Waffe wäre halt mal schön. Eine richtige Waffe. Könnte ich mal so ein bisschen in der Luft rumpallern, weil die Gelegenheit hatte ich gestern nicht. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das ist, wenn man eine Waffe hat. Also eine zu haben, das weiß ich schon, allerdings wie die sich verhalten, also sprich Rückstoß, Zielen und so weiter. Ja toll, eine Säge. Damit kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Handschuhe. Ja, zieh ihn halt mal an. Aber wirklich bringen tun die auch nichts. Hier war ich schon drin. Da auch. Ne, also ich glaube, da tut sich in nächster Zeit nichts mehr. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns eventuell bei einer weiteren Episode DayZ. Allerdings werde ich dann mal schauen, dass ich da ein bisschen mehr Action zeigen kann, weil so ist das auf Dauer echt nichts. Bis dahin, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.